hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play sleeping dog suasion im schicken anzug und wir machen mit der triaden quest weiter ich habe ein bisschen heizschmerzen deswegen wundert euch nicht falls ich heute nicht allzu viel reden werde gut reingesprungen ich denke mal hier ist es ja okay wird ja relativ viel zwischendurch geredet das dürfte also nicht auf fallen es ist schluss die wird angepasst sein gelten und nicht welchen zu fest weil man will wir aus dem pflicht was jumping action was die kranke ich habe das abbild action das hat die heckscheide rausgehauen wo ist es alles ach da hätten wir ja ich fahre mit beschlossenen augen sieht man das nicht ich fahre hier stay on my way mrs. chu wo sie es los er verfehlt man jetzt aber ich würde cool einpacken mrs tschu mrs tschu ich war gerade nach oben um zu sehen ob es was du brauchst I know it's no consolation, but I've got to look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. No need. You can find him. You bring him to me. You bring him to me. Well, that's a good plan. Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. Na toll, jetzt muss ich ihn erst finden. Erstmal tracken den Spacko. Find ich immer nicht so eine ganz schöne Aufgabe, aber gut. So fährt man wenigstens ein bisschen mit ihm und ist beschäftigt. Das reicht nicht. Das kann ich. Eine Veranschuldigung gemacht werden. Ausstrengen. Super. Und. Gotcha. Mal gucken. Und. Bei der Zeit, die cops schauen, er wird halbwegs zu. Got you, fucker. Got you, bitch. Got you. Gut, warte mal. Nehme mal die hier. Diebstahl auch noch. Alles mit dabei. Hier bei der Mission. Boah, ist die Karre langsam. Oh, ich hab meine Schlafen. Äh, weil ich schlafen schlafen schlafen. Ich hab meine Schlafen. Ja, so. Also wirklich. Habt euch mal nicht so. Ist ja nicht so, als ob ich hier mit dem Auto über das Stubor gefahren wäre oder so. Ich bin nicht. Ich glaube, hier kann ich auch mit dem Auto. Ja, der andere hat der Computer wohl nicht gedacht, ne? Ja. Yo, Johnny, you bitch. Oh, you lovely, baby. I promise. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Hey, Johnny. Asshole. Yo, Johnny, we have to talk. Come on, it is. Move it along. Move, bitch. What do you think this is? Stupid fucking horse. Damn. Aufstehen. Und hier schön einmal. Bam, mit dem Kopf gehen. Oh, der steht da noch. Wow. Da hab ich schon nicht rechtzeitig geblockt. Yo, Johnny. Zack. Müssen wir den gleich mit dem Boot verfolgen? War das die Situation? Hey, Johnny, we have to talk. Hey, you. Don't let you get me. Wait, wait, wait. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Nice. Und tauschen. Da sind wir... Ja, ja. Oh, oh, stecken. Scheiße verstecken Okay, weggeballert Einen kleinen Kunden Okay, haben wir sind noch welche? Scheiße, dass es hier kein Sniper oder sowas gibt Kein Sniper Rifle Ich tausch mal kurz die Waffen Oder was anderes So nice Hebt er erstmal ab Am Arsch Oh, das nehme ich doch Das sieht doch nice aus Ach ja, jetzt kommt das You think about it Auf dem Motorrad und dennoch noch schießen So eine knifflige Quest Äh, Quest, ja Dann zerballert die Reifen Eine harte Mission wird das Das Chevy Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat v80er Sone, ich müsst Bremsen eigentlich ganz genau kann man damit auch nicht zählen QA soda Nice. So, Johnny. Jetzt reden wir gleich mal ein bisschen. Johnny, Johnny, Johnny. Hell yeah. Now we talk. Ah, das wirst du gleich nicht mehr sagen. So, ah, willkommen im Golden Coy. Jetzt gibt's Nudeln. Johnny the Ratface. Ich bin Mrs. Chu. Winstons Mutter. Asama! Ich weiß nicht, was dieser Mann dir gesagt hat. Ich weiß nicht, was dieser Mann dir gesagt hat. Ich weiß nicht, was du sprachst, du verrückte Mann. Bitte! Bitte! Nein, du kannst nicht gehen. Es ist alles weg. W-W-W-W! Geh nicht hier! Sie ist verrückt. Okay, okay, ich erzähle dir was du willst. Bitte bitte nicht! Ah! 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 Mrs. Chu macht keine Ahelm Sachen. Jo. Ah! Der neue Boss. Der neue Boss. Wird dir jetzt bekannt gegeben. Ich frag mich ja, wer es ist. Moment. Okay. Nochmal kurz eine Massage verpassen lassen von der hässlichen. Hey Baby, looking for a little adventure? Bitte nicht. Ah! Wie kann ich sagen, nein? Ist es heiß hier? Ich fühle mich, meine Temperatur schon sehr hoch. Ah! Ah! Albtroch immer... Ah! 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 Mit Geld wahrscheinlich. Und du hast mein Anzug Blut verschmiert gelassen. Das find ich nicht nett. Auf zum Bam Bam Clap! was it good we got to stick together we just can't let 18k get away with this what makes you so sure was 18k we all saw them they were definitely 18k even stupid Jackie knows that you ever think maybe they were just trying to look like 18k look we've had a few skirmishes with them like nothing major it doesn't make sense that they would do something this big house we think it was I don't know but I'm gonna find out and who the fuck you I'm here for mr. Lee I think you've heard a big smiley he's another son-on-yee boss Red Bull just like Winston okay what can we do for mr. Lee he has decided that for the time being you may continue your operations in this area but the percentage previously paid to Winston will now go to mr. Lee that's an interesting proposition but I have a counteroffer from mr. Lee I'd appreciate if you relay this back to him word for work can you do that you tell mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory and in return we'll let live I don't think you'll find that offer to his life I think you'll find that I don't give a fuck you see your guest up make sure he doesn't get lost your regret is I promise you that ... ... ... ... ... ... gehe erst mal ein tesor und öffne den 15 sehen drei sport uhr warte mal weil ich auch noch ne hier war keins mehr drin kein genialer statur was ist hier los ich auch nicht führe wenn die schlampe einfach stürzt ok das ist ein unschuldiger ok und der stürz macht es nicht unbedingt einfacher zu treffen aber cool doch egal ballern wir uns heute den normalen weg durch ohne große ok eine waffe unternehmen hoch 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 ich habe keine moni mehr das ist jetzt nicht zu sehen aber ich kann ja eine pistole aufgehen ich dachte euch genauso ab wie ihr winston hat geschlachtet habe freunde hier na denn fucking los mann was soll denn das kann ich hier nicht mal als erster totballern ich hatte das gefühl ich habe sie gefüllt gut na komm ok nice ne ich schieße hier schieße hier ich habe keine moni schieße hier pistole danke schieße mann darf doch nicht immer nach schieße hier ich habe mich nicht mehr gut okay eine schieße hier ja okay ich lange landen okay was geht hier draußen